Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay Video. Diesmal bin ich wieder mit ein paar Leuten aus meinem Team in Malwinkel auf dem Nostair-Field. Leider hat mein Scopecam nicht richtig funktioniert, so dass ich euch leider nur die Aufnahmen der Helmkamera zeigen kann. Ich hoffe euch gefällt das Video trotzdem und ihr habt Spaß beim Zuschauen. Also lehnt euch zurück und genießt das Video. Genau, deswegen werde ich das dann ändern. Habe ich schon gesteuert. Ziel des Spieltages ist das 5 auf der Karte verteilte Ziele zu erreichen und zu sprengen. Die gegnerische Seite will dies natürlich verhindern. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, natürlich. Welcher? Ja, stimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Noch vergessen, was wir sehen? So, war das so. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal. Übungen, wir stellen uns zum nächsten Mal. Beim LKW, beim Wurzimmer, das haben die Bären hier im Wald, genau hier im Wald, die sind vergedeckt, meinst du noch, also über den Weg drüber? Ja, das geht, aber wir können dann nicht Richtung Bus, aus dem Gebäude raus, stimmt, da ist ein Fenster, ja, stimmt, wollen wir zum Gebäude weiter zu gehen? Ja, guck mal, da sind Paletten vor. Ne. Ne, da dürfen wir nicht durch, da dürfen wir auch nicht durchschießen. Ja, wir können. Also rein können sie. Ja, doch man kommt schon rein. Trottel. Drei Mann vielleicht absichern auf die Tore. Und dann rufen, ne, irgendwie an den Toren oder was. Ja, siehst du da oben auch schon weiter? Ja. Ne, hier von uns noch. Team Gelb. Zurück? Oder was ist da? Ja. 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 Entschuldigung geben Team 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 Und da muss ich mit Tauern Einer muss hier sein Einer muss sichern Sicherst du ja ab Ja Ist das Rot, ja? Kontakt am Brust Kommen wir doch im Bus, oder? Zurückziehen, zurückziehen! Kontakt am Bus! Gegenüber, Alter! Hört! Ich kenne dich! Ich kenne dich! Ich kenne dich! Wir sind uns die ganze Zeit auf! Ja! Erst auf Community! Danke 2022! Wir sehen uns nächstes Jahr in Malwinkel! Auf Wiedersehen! Team Grizzly! Danke! Hör! 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Das war es auch schon wieder mit diesem Video. Im nächsten Teil geht es mit weiteren spannenden Szenen weiter. Auf bald, euer Jan der Große.